willkommen zurück zu einer weiteren folge spell force 3 und wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen diese möglichkeit die unten diese diese reine des lichts leute das weg zu machen aber nicht so dass wir direkt einfach fokus aufs hauptgebäude machen sondern vielleicht auch ein bisschen fokus auf die gegner damit die dann weg sind und wir dann vielleicht hoffentlich noch ein paar von unseren leuten übrig haben um dann das gebäude zu zerstören wir haben ja im grunde genommen bis die erste welle oben antrifft ja noch ein bisschen zeit somit sollte das eigentlich machbar sein das ist so meine meine idee das versuchen wir mal ein paar mal falls das nicht klappt dann muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen aber das ist so dass ich meine es hat ja fast funktionieren also man sieht ja dass das funktioniert ja irgendwie nur die gegner unten noch ein bisschen nervig die müssen wir dann noch mal trotzdem erst mal ausschalten aber ich denke mal umso weniger wir haben die gegner und also wie und ein gegner haben umso weniger damage bekommen wir logischerweise macht irgendwie sind und dann wenn wir das schon neben ihm bekommen also mal sehen ob das klappt ansonsten muss es irgendwie anders funktionieren das war nur die erste welle ich muss mit euch sprechen wo sind wir jetzt ja jetzt hier mit mich die leute hier mal so steuergruppe rein so wo ist er wo ist er da so sie hätten sie ja bla 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 so und los geht's wo müssen wir nur hin ja jetzt sehen wir das versuchen wir stärkung ich komm mal hier hin und dann ja die verstärkungsquests und nein so war dann sofort ich weiß wir werden jetzt aber unten die reinheit des lichtemann sagst du nicht hoffe das klappt Mit 90 Leuten. Mal sehen. Kein Problem. Sie werden fallen. Wird schon schief gehen. Oh. Nicht auf der Ruhe bringen lassen, sondern einfach angreifen. Macht euch bereit. Boah, kommen wir nämlich jetzt auch von der Seite. Kinderspiel. Wie war das? Hm, guter Plan. Verbrennen wir sie. Äh. Wusch. Wollte ihn heilen, wir mal kurz. Ja, wir haben, oh, Leute, die Leute sind voll angeschlagen. Macht euch bereit. Ist noch woran? Wird schon schief gehen. Na dann. Ist das nicht dieser Kerl, den du in Mulan dir bekämpft hast? Ich bin fertig. So, schnell, jetzt noch die hier weg mal. Oh, jetzt hat das Gebäude spawnen, ne? Wir kommen sofort wieder. Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee, das so zu machen. Wobei, wir hätten vielleicht nebenbei noch ein bisschen was an Produktion starten sollen. Damit wir Leute nachschicken. Äh, das wäre vielleicht cleverer gewesen. Äh, nein, nicht Neustart und Neustart. Wie stand Laden. Das wäre vielleicht ein bisschen cleverer gewesen, wenn wir dann noch ein paar Leute... Äh, das ist halt... Das, was ich halt immer super gemein finde, ist, dass wir oben und unten gleichzeitig angegriffen werden. Und das nicht von wenigen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ähm, und... Das war nur die erste Welle. Taha, ich muss mit euch sprechen. Zalraka. Seid ihr euch sicher? Ja. Was ich auch gerne hätte, wäre irgendwie eine Möglichkeit... Wie bei Spearforce 2 und so, dass man einfach auf... Unten so auf vorgefertigte Gebäude klickt. Ähm... Und dann easy, ne? Ja. Aha. Haben wir schon angegriffen? Oder triggert das so lange nicht, bis wir... Das wäre mal eine ganz interessante Idee. Stärkung, können wir dann mit den Leuten... Den Leuten da mal reden? Schauen wir uns das mal an. Ihr seid also jener berüchtigte Taha, hm? Nicht gerade, was ich erwartet habe. Wer seid ihr? Zugang. Zalraka Taha. Wir sind auch Feuerzähmer. Aber wir waren den letzten Mond über auf eine Art Expedition. Sieht so aus, als wären wir gerade zum rechten Zeitpunkt zurückgekommen. Expedition? Einerlei. Tja, ihr kommt genau richtig. Helft uns in der Schlacht. Werden wir. Oh, so einfach. Mh... Ich mach mal erfüllen. Ähm... Das ist ja mal ganz interessant. Okay, cool. Das... Vielleicht versuchen wir das jetzt mal damit. Wenn nicht, dann nicht. Aber... Mh... Das können wir natürlich auch mal probieren. Weil die Trommelhahn zu... Vielleicht Waffen. Ja, wir werden angegriffen von da unten, ne? Vielleicht Waffen, die uns dann ja so hart. 135. Wir werden angegriffen. Das verstehe ich immer nicht. Die werden wir noch nicht angegriffen von. Was denn? Was werden wir denn angegriffen? Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Macht euch bereit. Das ist das nie. Äh... Gut, da wird noch produziert, ne? Also, wie ist der Plan? Angriff! Kinderspiele werden fein. Ja, die werden fallen. Gehen wir es an. Glaube ich, nicht so das, was passieren wird. So wie das aussieht. Ich will. Sicher doch. Ja! Das wird schon schief gehen. Überlass das mir. Endlich. Verbrennen wir sie. Nein. Nein. Balrag! Wir werden angegriffen. Balrag! Wir werden angegriffen. Macht euch bereit. Ja, klar. wir werden angegriffen und so viele sind so viele das kriegen wir auch so nicht angegriffen warum immer da was wird nicht hier angegriffen das ist so eine fake meldung zurück 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 wir machen das taktisch anders wir werden angegriffen ja was soll man dagegen machen auswirken ja aber dann habe ich unten nicht mehr so viele das ist halt das problem so hat die alt moment moment der typ beginnt mir langsam gewaltig auf die nerven zu gehen ja 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 und ja wir haben fahrg wir werden angegriffen wir werden angegriffen na ja Plan! Der Mann ist schon nicht tot, ne? Der hält halt auch nicht lange, ne? macht euch bereit das sieht um leute sieht richtig gut aus da sieht richtig gut aus seid ihr euch sicher zurück wir haben gerade packen noch mal die reinheit des lichts gerade vernichtet jetzt müssen wir oben einmal einmal noch mal angreifen und dann müssen wir uns mal gegen die neben an die neben dinge uns mal ein bisschen halten sicher doch an die gar nicht mal an aber wir uns geschafft wir uns geschafft holy shit ja ich kann nicht machen wir müssen jetzt wir haben jetzt alle zeit der welt da haben wir die verstärkung damit doch zu versöhnung und so weiter sofort da können wir doch mal mit unseren leuten reden aber wir haben es fertig was geht's ich glaube ich habe eine idee eine verrückte idee ja aber sie könnte funktionieren schießt los habt ihr jemals das wort sarah gehört ist das nicht eine art dämon ja man nennt sie auch sieben fressen eine riesige und gefährliche dämonen sorte die orks glauben dass sarah von sarah ausgesandt werden sobald ein stamm schwach geworden ist den lebenskampf verloren hat das ist natürlich schwachsinn sarah werden von starker magie oder manchmal auch von erdbeben geweckt verstehe und worauf wollte hinaus kurz gesagt hier in der nähe schläft einer von ihnen und ich denke dass ich ihn wecken könnte es würde mich etwas zeit kosten und wahrscheinlich könnte ich ihn nur für einen begrenzten zeitraum kontrollieren aber es würde genügen um ihn gegen kargals karl und die reinheit zu schicken klingt nach einem plan wie können wir das ding herbeirufen wisst ihr taha und das ist der grund dafür dass ich gerne mit euch reise ich werde einen ort benötigen der es mir ermöglicht meine energien zu bündeln aber keine sorge es gibt einen in der nähe bringt mich hin und dann kann es los gehen ja das können wir mit mit also wir mit zeit wie gesagt wir mit zeit um das ganze zu machen denn dadurch dass wir den reinheit jetzt schon mal zerstört haben und das wirklich geklappt hat ich holy shit endlich können wir stellt einfach nur sicher dass ich in ruhe das ritual wirken kann in ordnung werde ich legt los zu gerne das wird lustig okay damit ist das so weiter warten wir jetzt einfach mal was wir haben ja wie gesagt alle zweiter welt und jetzt das so toll damit ist das ritual easy und ja dann gucken wir noch mal so mit goa reden danach und dann wird wahrscheinlich dann ja vielleicht betiegen wir doch mal die reinheit und ja haben bla und alles schon getan und die gegner die da unten waren bei der reinheit die sind scheinbar wirklich welche die nicht dazu gehören weil die jetzt nicht zerstört wurden aber es hat zumindest funktioniert ist das nicht wunderbar so könnte man es nennen da haben wir das ding das ist natürlich funktioniert das wusste ich aber wir haben das schon mal gemacht ne aber damit haben wir zumindest so man dämon unserer party läuft und jetzt reden wir noch mal mit mit ihm hier damit also mit goa damit wir auch das optionale wie sie tag an er kann er kann die ohne er dann machen und dann eventuell wenn die möglichkeit nutzen hat ihn nicht anzugreifen jetzt also wir können sowieso nichts machen jetzt momentan weil die ja nichts weil die ja nicht mal angreifbar sind sie mal einer an sie hätten sich keinen schlechteren zeitpunkt für einen angriff aussuchen können jetzt müssen wir es sowohl mit der reinheit als auch mit den aschewütern aufnehmen dann sind die verhandlungen nicht gar dann endgültig vom tisch ich weiß es nicht es muss einfach einen weg geben ihn zu überzeugen das tun wir gleich überzeugen ihn gleich den weg ist überzeugen müssen wenn wir gleich gehen wie gesagt erdbeam und ein skillpunkt ist kraft da kommen wir mal dass wir das hier hinzufügen dieses erdbeam den platz da so dann einmal dich wie es bei dir aus vielleicht noch mal so ein skillpunkt in lichtfeil oder sowas oder in ziel wasser oder in aber hier und skillpunkt rein so sieht keine neue fähigkeit bekommen er könnte gestalt waren lang wird zwar nicht so stark war nur seine erfüllte einheit mehr nehmen möchte ich selbst erweise nicht ob das so ganz geil das ist das war mit dem wandernden leichen einfach weil es geht und er ich würde sagen im packen wir noch mal punkten okkutismus rein weil er hier ganz wenig nur hatten vielleicht bringt ihnen das auch was hier in dem bereich so das haben wir es gemacht eigentlich würde ich gerne noch mal ein bisschen inventarmäßig noch mal ein paar sachen aus das klappt ja alles nicht weil meine leute hier nichts getroppt bekommen was eventuell nützlich sein könnte in einer selben wo noch mal krass aber dieser starb der umgebungs magie wissen im besseren also groß ist hier auf dem platz gut weil er ja einfach der party aus ja wie gesagt wir haben alles besser schade hast du natürlich cool es wäre cool der kann nämlich jetzt hier diese ganze waffen nutzen arbeiten alle leider schlechter als die die art bei attacke vor sekunde ja dafür ist es langsamer es kritische chance ein prozent das ist eigentlich schon geil eigentlich ist es schon geil eigentlich müssen wir das geben da ist es zwei handaktion einer langs weit händlich ok ja das ist eigentlich müssen das geben ich habe gesagt anliegen ja eigentlich müssen wir das geben ja dass das machen wir mal ok dann haben wir aber hier haben wir noch einen helm der episch ist ja ok anlegen ich habe noch mal 20 ich habe noch mal 20 ich glaube das ist sogar besser wie ihr lieber hier das anlegen oder ihm nicht ihr der helm ist definitiv besser er hat ja die super rüstung 30 30 30 30 also kann er nicht mehr also er könnte es aber es macht keinen sinn die kannten nicht aber sie hat ja jetzt nicht können etwas besser was wir haben aber habe ich jetzt gerade nicht im sortiment na gut dann wie soll das gehen er glaubt euch nicht go und ich bezweifle dass sich das ändern wird ich weiß ja ja das könnte funktionieren wenn wir zuerst die reinheit ausschalten könnte kager sich gezwungen sehen mit uns zu kooperieren gezwungen sehen warum aus demselben grund aus dem wir auch krell geschlagen haben orks die aschwüter noch mehr als jeder andere stamm respektieren stärke wenn wir vor ihren augen den feind also die reinheit zerschmettern noch bevor kagern es tut könnte es sie dazu bewegen ihre waffen als zeichen des respekts niederzulegen und dann er wird euch dennoch nicht vergeben vielleicht nicht aber ich muss es versuchen ihre waffen als zeichen des respekts niederlegen mit verlaub go aber das klingt verdammt heikel kagan will uns tot sehen und seine krieger wissen dass ja ich weiß es aber das ist die einzige möglichkeit die wir haben auch wenn ihr der kommandant seid wenn ihr denkt dass es keinen anderen weg gibt als kagan zu töten dann gut tun wir es aber wie auch immer wir uns entscheiden wir müssen jetzt handeln ich denke darüber nach und schubs haben wir mal redet mit kagan das doch schon mal ganz geil so ist irgendwie dahin gehen und mit ihm reden ok immerhin und wir dürfen auch verstärken überzeugt und überzeugt und überzeugt und überzeugt und so dass wenn wir vielleicht auch noch mal machen kurz in der nächsten folge wir haben es zumindest geschafft das alles ist erstmal hier hin zu bekommen und ja ich weiß wir haben jetzt hier die ganze zeit probleme mit nahrung und so weiter und sofort vielleicht sollten wir eventuell mal der nahrung ist aufgebraucht in dem so das heißt also wir können theoretisch wieder einmal daraus nehmen haben wir noch haben wir nicht irgendwie hier ein gebiet eingenommen noch oder habe ich das gar nicht glaube ich habe das am letzten am letzten versuch gemacht wo das ist nicht hingehauen hat doch das gehört jetzt uns sehe ich gerade gehört uns das natürlich gut dann können wir nämlich jeder manier ja ja gut dann lassen wir das vielleicht erst mal wir sagen dass wir zeigen das erst mal und dann gucken wir ja und dann gucken wir mal ob das ganze dann irgendwie so hinhaut ob das irgendwie so hinbekommen und wenn nicht daneben nicht dann müssen wir davor dann doch noch irgendwie was machen aber immerhin hat es geklappt dass wir die reinheit ausgeschaltet haben bis zum nächsten mal rein